gut nehmt auf mein Nackschubbauch kommt raus tut mir leid das ist ja ein Podcast, da sieht's niemand da geht's Ines, wir haben Post ein Maxibrief ein Maxibrief? ja, mach mal auf ich hab's extra aufgehoben, dass du mit dabei sein kannst Steffen Lukas hat uns geschrieben Ach Steffen Lukas, ich dachte schon Maxibrief da müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass irgendwas drin ist vielleicht hier in Gummibären, oder so das ist ne Kassette, oder? ah, der hat uns ein Demotape geschickt wahrscheinlich, wo er Bass spielt das können natürlich sein das ist uns schon mal so ein bisschen dran gewöhnen an seine Skills ja, geil on ich leg mal ein, warte lieber Cordula, lieber Ines ich bin's, euer Freund Steffen Lukas leider muss ich die Bandprobe absagen das ist ganz dumme Geschichte bei mir werden die Klingeln repariert und da muss jemand zu Hause sein und außerdem kommt's mir so vor als wärt ihr ganz schöne Schlawiner und würdet manchmal so Zeug erzählen, wo man denkt na, das ist doch jetzt geflunkert und dann müsst ihr Verständnis haben das ist ja nicht so meins bestes Beispiel wir haben uns ja drüber unterhalten ich als Geiger das wäre angeblich gar kein Problem dass man da auch Bass spielen kann weil das ist ja ähnlich gestimmt dabei stimmt's gar nicht ne? außerdem war ich in so einer Musikalienhandlung hab gesagt, zeigt mir mal so ein Bass habt ihr mal gesehen, wie lang dieser Hals ist? was das für ein Oschi ist? also jetzt mal im Gegensatz zu so einer filigranen Geige ne? und da muss ich ganz ehrlich sagen vielleicht gibt's ne bessere Idee versucht's doch mal bei der Kerstin Klauer die Kerstin Klauer kommt aus Dresden die macht dort auch manchmal so Stadtführungen und die, die kann bestimmt sehr gut Bass spielen überhaupt die Mädels sind gute Bassistinnen ich hab ja das Plattenbauorchester ich hab auch ne Bassistin unsere Tina und ich weiß die haben den Groove also fragt mal die Kerstin Klauer euer Steffen oh ne das Ziel unserer Träume war zum Greifen nah und nun dies aber er hat auch ein bisschen recht weil du so viele Sachen falsch sagst ne? wer in unserer Band sagt immer viele Sachen falsch? sag's mir? wer? ne ich hab falsche Sachen gesagt ja es liegt vielleicht doch wirklich mit ein bisschen an mir auch muss ich sagen du darfst dich nicht selbst kasteien Ines doch es ist ich hab was Falsches erzählt was denn? ich hab das letzte Mal erzählt dass die Herrgottsfriedel hieß na Herrgottsfriedel die hieß nicht Herrgottsfriedel die ist Herrgottsfriedel die hieß nicht Herrgottsfriedel? nein die ist Herrgottsfriedel Herrgottsfriedel? ja naja dann brauchst du dich doch nie wundern dass der Steffen Lukas absagt es tut mir leid der Steffen Lukas arbeitet beim Radio der ist der Wahrheit verpflichtet ja und da ist doch logisch dass der da nicht mit Leuten in einer Band spielen will die sagen die hieß Herrgottsfriedel wenn die nicht Herrgottsfriedel hieß ja Ines du hast alles versaut es tut mir leid wir hätten mit Steffen Lukas eine Metalband gründen können ja es tut mir leid es war ich hab als Kind hab ich das so verstanden ja das entschuldigt natürlich einiges ach so? na klar siehste Kinderohr hört selten gut wenn du ein Kind warst na klar war ich ein Kind ein unschuldiges Kind ja vielleicht bin ich eigentlich ein hochdeutsches Kind gefangen in der sächsischen Familie und ich hab immer nur das so verstanden wie die das gesagt haben das kann sein naja dann müssen wir jetzt versuchen das Beste draus zu machen ja vielleicht wird's ja was mit Kerstin das wär schön ja na klar ist auch repräsentativer die hat ja noch Haare stimmt ne ja man muss immer das Positive sehen eine Metalband wollten wir gründen ja da hat er seine Chance vertan mhm und es ist schade für Sachsen wieso? weil Sachsen jetzt eine Metalband zu wenig hat oder weniger hat oder obwohl eigentlich bleibt alles gleich denn die Band war ja noch gar nicht gegründet die war ja noch Metalband IG mhm und wenn wir es einfach nicht publik machen was wir vorhatten dann merkt's ja niemand weißt du? ja ja wir hatten ja vor ein paar Podcasts mal gefragt ob es sächsische Metalbands gibt mhm und es kamen nur zwei Antworten es gibt nämlich nur zwei Metalbands in Sachsen ach so? ja eine heißt Factory of Art das kenn ich die sind aus Leipzig ja und eine heißt Disillusion und die kommt auch aus Leipzig und in Dresden gibt's keine Metalband? hat sich niemand gemeldet vielleicht gibt's eine Metalband in Dresden vielleicht gibt's nicht so eine gute und die schämen sich vielleicht gibt's auch eine sehr gute und die schämen sich sich hier überhaupt zu melden ja ich denke eher so rum wenn ich eine geile Metalband wäre da würde ich auch nicht auf so einen Podcast reagieren nee wo so zwei Grobmusiker fragen ey gibt's eine Metalband in Sachsen? da würde ich denken ey wenn du dich in der Szene auskennst dann würdest du uns kennen ja aber wir kennen uns ja nicht so aus ne wir sind im Herzen Mettler aber schon lange raus aus der Szene eigentlich ich war glaube ich noch nie richtig drin nee nee hattest du früher nicht eine Metalband? naja ich hatte hat nicht jeder in seiner Jugend eine Metalband gehabt? na so eine ja aber das war das war noch nicht so richtiger Metal nee das war so Pop Metal haben wir gemacht ah ja wie Scorpions am Anfang nee nicht wie am Anfang wie die jungen Scorpions nee wie die alten Scorpions so ah ja wie hieß deine Band? ich hatte verschiedene ich hab Band Hopping betrieben ah ja früher ich hab dann bei vielen mitgespielt so mal du warst so ein Austauschgitarrist ja das mit den Bands kam erst später ich war vorher hab ich einen vernünftigen Weg eingeschlagen ja wie heißt sowas ähm Leiharbeiter Leihgitarrist du warst Leihgitarrist auch mit geliehener Gitarre und so ja ja das war eigentlich alles geliehen Laiengitarre sehr laienhaft sehr musikantisch hast du der Rubrik Metal dich genähert ja ich hatte auch nicht so einen großen Verstärker und alles was man eben so braucht als richtiger Metal-Gitarrist muss einfach ein bisschen Equipment da sein und das war einfach nicht in meinem Budget? nee obwohl mein erster Verstärker das waren zweimal zwölf Zoll Leni Verstärker das war Lenin? ja Leni Leni ja nicht Lenin nee Leni ist das eine Firma eine Gitarrenverstärker? L-A-N-E-Y aha sind die gut? ist das eine gute Firma? ist das sowas wie Silvercrest? ich hab den damals gekauft weil der groß war und weil ich dachte das also damit für 600 Mark da war noch so wo man noch ein Brot reinlegen konnte waren da noch so Staufächer da hätte man ganze Gitarren noch hinten reinlegen können genau oder da war der Federhall lag noch unten drin mit Federhall? ja ich hab mal gehört früher beim Radio da gab es einen Hallraum da war ein riesiger Federhall also so eine Feder die dann in Schwingung versetzt wurde also das war ja da nicht so wie bei uns hier mit Elektronik heutzutage sondern da wurde das wurde der Hall mechanisch erzeugt mit diesem Hall so ein Blech hat dann geheilt wie diese kennst du diese Mikrofone für Kinder wo man rein singt die sind aus Plaste ohne Strom und du singst rein und drin ist so eine Feder und das klingt als würdest du irgendwie in einem Stadion singen oder so sowas finde ich geil ist doch gut hätte ich mir früher immer gewünscht aber hab's nie gekriegt sowas hätten wir nehmen müssen für unsere Metalband mit Stefan Lukas und einen Namen hätten wir noch gebraucht einen guten Namen das stimmt so einen gruseligen weißt du irgendwas mit mit die devil und death 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 mit th death ja ich hab so ein schlechtes Englisch weil ich hab bei einer Englischlehrerin Englisch gelernt die es auch nur von einer Kassette gelernt hat wirklich ja ey meine erste Englischlehrerin das war eigentlich die Pionierleiterin und die hat das auch von einer Kassette gelernt also die war hat so wie wir auch gerade mit uns gemeinsam Englisch gelernt wir waren eigentlich so eine Lerngruppe eine war schon etwas älter in unserer Lerngruppe und die hat uns dann die Aufgaben verteilt ich hatte so eine Kassette so eine Kinderenglisch Lernkassette hat mir meine Mutti zu Weihnachten geschenkt mit dem sogenannten Bib Pen das war so eine Vorstufe von TipToy echt ja da hat sie so drei Symbole ein Viereck ein Kreis und ein Dreieck und dann hast du irgendwie eine Frage gestellt gekriegt auf der Kassette und dann hat die Sprecherin immer gesagt benutze nun benutze hat sie gesagt niemand sagt benutze in welchen Regionen sagt man benutze das wäre was für dem Cordula seine Sprachecke hast du die Jingle Kassette mit ja nachher habe ich nämlich ein paar Sprachecke Fragen das teasere ich jetzt schon an sagt man Teaser an oder teasere ich an teasern ant teasern also dann teasere ich das an aber eigentlich ant teasen der Teaser wird geteased ich kündige das an genau wir bleiben ich kündige das schon an dass nachher auch in der Rubrik dem Cordula seine Sprachecke thematisch gearbeitet wird das ist immer gut wenn man sowas am Anfang schon mal andeutet dass die Leute denken ah ja das kommt noch da bleibe ich dran wie in diesen Videos die du immer so reinkriegst in irgendein solchen Ernährungsfritzen die dann immer sagen kennst du die sechs Lebensmittel die dafür sorgen dass du Akne auf der Stirn kriegst in einem kostenlosen Video was ich dir hier unten verlinkt habe kannst du nachher erfahren in wenigen Minuten erzähle ich dir und ich habe das mal gemacht ich habe mal so einen Scheiß angeguckt da habe ich eine halbe Stunde und das dreht sich nur im Kreis also ich empfehle wenn sowas auftaucht sofort weiter klicken wirklich das ist so perfide gemacht und so schlau du bleibst ja irgendwie dann doch dran und denkst oh ich will das wissen ist es der Brokkoli ist es das Ei was sorgt dafür dass mein Testosteron nicht da ist wo ich es gern hätte und so und dann oh nee und dann guckst du dir das an ich schweife ab in Rage wo war ich stehen geblieben aber ich kenne das und du kannst bei den Videos nicht vorspulen bei diesen Seiten ich habe das auch schon und dann steht unten bitte wenn sie wirklich die Informationen wollen kaufen sie diesen Link dann musst du noch einen Link klicken und dann musst du irgendwelche Wunderpilze bestellen die ein asiatischer Mönch vor 200 Jahren schon in einer Doppelblindstudie mit Placebo Pilzen gegen Probe herausgepilzt hat irgendwie ich muss husten irgendwie Krügerohlzeit wieder Saison Krügerohl Du auch? Ja Warte Gibst du ein Haus? Ja Krügerohl ist ja ursprünglich ich bin gar nicht im Bilde wie es aktuell ist aber hier für dich Krügerohl für dich gegeben Dankeschön Bitteschön Gut ne ist ja ursprünglich aus Sachsen Krügerohl ist aus Leipzig also ursprünglich ich glaube 1866 habe ich gelesen in Leipzig hat irgendjemand gedacht ich erfinde mal Krügerohl Ist das von dir das Wissen? Das ist von mir ja Also Der hieß vielleicht Krüger Bestimmt denke ich mal das anzunehmen oder er war verliebt in jemanden der Krüger hieß und hat gesagt jetzt nenne ich meinen Bonbon so Dem zu ehren oder der zu ehren Man weiß es nicht Saskia Krüger oder Hannes Krüger Genau und dann denkt derjenige oh jetzt überall stehen jetzt diese blöden Bonbons rum kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen das ist bestimmt auch übergriffig oder? Könnte ich mir vorstellen ja ich kenne jetzt die genaue Firmengeschichte nicht aber könnte so gewesen sein so sagen sie es immer bei Stürtebeker bei den Festspielen sagt die Erzählerin immer wir erzählen die Geschichte so wie sie sich tatsächlich zugetragen haben könnte ah ja das ist so ein Trick da kann man dann mit der Fantasie auch arbeiten gespickt mit historischen Fakten und so so mache ich es eigentlich ja und da kann ich auch Herrn Lukas auch gut verstehen dass er sagt liegt es jetzt an mir dass er nicht mitspielt willst du mir den Peter zuschanzen? ne ich denke dass es auf beiden Seiten so ist obwohl ich mit Herrgottsfriedel wahrscheinlich wirklich einen großen Fehler gemacht habe ist das so eine Art Maria? die Mutter Gottes? das ist vielleicht die Cousine ja Herrgotts Maria und Herrgottsfriedel genau uneheliche Austausch Cousine das ganze weiß ich nicht weißt du doch nicht in Röderau? ja also jetzt hab ich es verraten dass deine Wiege in Röderau steht das hab ich selber auch schon verraten ja ja bloß die Wiege geboren bin ich in der großen Stadt ja ja ein Rieser oh ja krankhaus in Rieser ich hab alles mitgemacht damals schon das war mir wichtig naja klar wenn man kann war es schön hast du gute Erinnerungen ganz tief drin in dir dein inneres Kind im Krankenhaus in Rieser? ja ne 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 also mit der Geburt hab ich jetzt nie irgendwie aber ich war dann wegen Windpocken dort und da hast du schlechte Erinnerungen? da hab ich meine Mutter vermisst weil das war noch nicht die Zeit wie jetzt wo die Eltern mit im Krankenhaus sitzen und sagen hier komm wir spielen mal Mau Mau aber ich war da alleine und dann hab ich immer nur gerufen meine Mutti meine Mutti meine Mutti hab ich immer nur gerufen wie alt warst du denn? drei oder zwei das tut mir ja jetzt noch weh wenn ich mir das nur vorstelle da sehe ich mich selber von außen in so einem Kerk Karken Kerker wolltest du sagen ja so fühlt es sich an war kein Freudscher ne das war weil das auch so ein das Gitterbett war aus Metallstäben ja und dann konnte man das runter machen dann irgendwie so das war für mich und da hast du dran gerüttelt und gerufen meine Mutti ach Ines ja das geht mir richtig nahe mir ja jetzt auch wieder aber hat nicht deine Mutti im Krankenhaus gearbeitet? ja aber auf der anderen Station und da hat die gesagt ich bin froh dass der mal eine Weile verscheint für meine Ruhe ich war sehr oft im Krankenhaus die hat dir auch Windpocken nur angemalt Hauptsache du bist mal eine Weile weg röteln Windpocken alles hat die in der Fachliteratur nachgeguckt wie sieht das aus dann hat sie sich das in Farbe vorgestellt denn die Fachliteratur früher waren Schwarz-Weiß-Abbildungen ja und dann hat die das mit Tempera oder hier mit so Tusche aus Närchau mit mit dem Tuschkasten die angemalt und dann hatte sie mal zwei Tage Ruhe und die Ärzte waren verwundert weil die noch nie grüne Windpocken gesehen haben ja und so Spontanheilungen nach dem Waschen mit Heilwasser ja und deswegen ja dann auch diese Pilgerstätte in Riesa weil es da dieses Heilwasser gab mit dem man auch röteln im Stadtpark unten an dem Brunnen der vom Rathaus runterfällt ja sagt man der Brunnen fällt na weiß ich nicht die Wasserkunst von Riesa das Wasser fällt runter ja ist das schon eine Wasserkunst oder ist das einfach erstmal nur so ein Rohr was aus dem Stein kommt das weiß ich nicht ab wann es als Kunst zählt ja zurück zum Thema wie sind wir jetzt überhaupt da hingekommen keine Ahnung da müsste ich mal in unser Gesprächsverlaufs Soziogramm gucken wir sind abgeschwiffen und zwar ging es um diese Englischkassette ja und darauf sind wir gekommen weil du wegen Death gesagt hast ja wegen das Heavy Metal wahrscheinlich klingt es hier im Mikro gleich ob man Death oder Death nee nee klingt schon anders Death Metal Death Metal mit F Death mit F genau das bedeutet Taub wenn der Metal zu laut war ja das ist dann Death Metal und da sind wir drauf gekommen weil wir den potenziellen Bandnamen für unsere Band mit Steffen Lukas uns erdenken wollten stimmt du wolltest was mit Death mhm The Death ja The Lethal Death was heißt Lethal Tödlich ah ja sehr gute Bandname Fleiver zwischen Fisch und Lukas mhm bekannt als The Lethal Death dann nehmen wir den ein also jetzt nicht mehr jetzt brauchen wir ja nehmen wir einen neuen den können wir uns aufheben ja wir müssen dieses Kapitel der Geschichte leider abschließen wir müssen das um in dem Metal Sujet zu bleiben wir müssen die Idee zu Grabe tragen ja ich hab übrigens auch mal hier in Disillusion reingehört ja die Metal Band aus Leipzig das ist ziemlich geil ja ja das knallt oder wie wir Sachsen sagen das knallt das knallt gleich ja und damit sind wir in der Rubrik Sächsisch ja galant übergelitten ich mhm mach mal den Jingle an für die Sprachecke dem Cordula seine Sprachecke so ich hab ein paar schöne Wörter mitgebracht ich werfe die einfach mal so ein oder und zwar extra für dich Ines Illern Illern? aha wo rein Illern ja oder wo raus Illern ja oder durch ein Loch Illern ja was wiederum rein Illern wäre es sei denn man ist drin und Illert durch das Loch raus dann ist es raus Illern oder beim Kartenspielen ne Illern ja ist das Sächsisch würdest du sagen Illern ist ein sächsisches Wort ich kenn's und deswegen würde ich sagen es ist ein sächsisches Wort weil ich das in meiner Kindheit oft verwendet hab ich hab's sehr lange nicht gehört wenn ich ehrlich bin ich auch nicht hab's auch nicht benutzt in letzter Zeit ich will's gern wieder benutzen ja ich auch das gelobe ich ja aha ich hab auch noch ein Wort für dich mit was mir immer wieder eingefallen ist Frumms Frumms ja für so Zeug was so minderwertig ist für Gelumbe Gelumbe ja was ist denn das für ein Frumms hier ja aber man kann's glaube ich auch verwenden wenn jemand so irgendwas schlecht macht also schlechte Arbeit macht das ist rischer Frumms ja genau so was zusammengeklebtes schlecht gebaut drangenagelt irgendwie so schlecht repariert ja oder so eine Listerklemmer einfach noch irgendwie zusammengefuddelt gefuddelt dass es einfach geht gefuddelt gefuddelt ja siehste ey wie es aus dir sprudelt bei Frumms da geht's mir ja meinst du das kommt von Frumms von den von den Mondos denkst du dass das damit zusammenhängt keine Ahnung rischer Frumms rischer Frumms Frumms also sprachlich wäre es nicht so weit weg dass man sagt das war ein Mist mit dem Mondo ja ich hab mal ganz früher mal nach einer alten Packung Mondos gefunden ja die waren halt so Metallikum die waren wie wie Fahrradreifen ja genau in so einem weißen Pulver und da waren die aber so drei Stück nebeneinander auch nicht extra eingepackt oder so das war so eine Urpackung ich denke 1900 sag ich jetzt 60 oder sowas ja und ganz dicker Gummi wie ein Fahrradreifen ja genau so vielleicht das war ja so Metallikum damit das nicht zusammenklebte ja ja musste man die dann ich kenne mich nicht so aus aber musste man die dann selber irgendwie noch mit Vaseline gangbar machen oder wie ich weiß es nicht die hatten so eine Weltkugel auf der Verpackung das kann sein das war so eine naja so mit den Meridianen so ein Äquator und dann so Breitengrad und Längengrade so hab ich sie in Erinnerung wie so eine Weltkugel wie diese Figur von der Leipziger Messe ja dieses Männle ja das war doch eine Weltkugel mit Meridianen und ein Hut so ein Erich-Honnecker-Hut und eine Pfeife genau und ein Koffer weil das dann eine weltoffene Stadt ist Leipzig und dann kommt natürlich einer mit einem Koffer mit einer Pfeife mit einem Erich-Honnecker-Hut und einer schokobraunen Weltkugel als Kopf das ist ein sehr gutes Männlein gewesen ja über solche Männlein können wir auch nochmal reden da fallen mir noch mehr ein aber zurück zu den Mondos so hieß nämlich die Firma Mondos Mondos die Firma hieß Mondos naja oder das Produkt wie die Firma hieß die hieß wahrscheinlich VEB Gummikombinat Loschwitz ich weiß es nicht aber das Produkt hieß Mondos und das kommt nehme ich an von dem italienischen Wort Mondo Mondo die Welt weil ja eine Weltkugel abgebildet war ja ja aber Welten Welten ich weiß nicht ob es Plural ist man hat aber wahrscheinlich Plural gedacht weil in der Schachtel mehrere Mondos drin aber ein Mondo für Montag ein für Dienstag ein ich weiß nicht wie man es wie viele drin waren ja also die Einzahl ist der Mondo die Mehrzahl die Mondos so nehme ich an hat man gedacht aber wegen Welten das wäre ja dann in außerordischer Gummi wenn Mondos die Welten ist ja ja könnte sein vielleicht war das auch so dieses Bestreben oder dieser Traum reisen zu können dass man wenigstens wenigstens da sich so eine kleine Traumreise erfüllt indem man einfach dann auf dem Nachttisch so ein Päckchen mit Meridianen Breiten und Längengraden und einem Äquator zu liegen hat wie der Berliner sagt und wo kommen die her? aus Dresden übrigens achso ja deswegen mit Loschwitz war jetzt gar nicht so war von dir ernst gemeint heiß vulkanisiert in Loschwitz das habe ich mir nur ausgedacht da sind wir wieder beim Thema wie es sich tatsächlich zugetragen haben könnte aber aus Dresden zumindest und wegen Frumms ja keine Ahnung ob das Wort Frumms ob das damit zusammenhängt wenn ihr es wisst wenn ihr Praktiker seid und wisst woher das Wort Frumms kommt schreibt es in die Kommentare heute ist richtig Tourismus hier in der Burg oder? es rumpelt oben die Touristen sind so laut ich möchte das wie kann man denn hier hier kann man auch nicht mal eine vernünftige Metalband gründen wenn oben Touristen lang gehen ich glaube die wollen in der Folterkammer was umstrukturieren ja die wollen diese eiserne Jungfrau irgendwie neben die Streckbank stellen deswegen rumpelt es hier so weil das irgendwie von der kürzere Wege ja man will sich auch wohlfühlen in der Folterkammer foltern nach Feng Shui ja genau Wellness foltern genau dass man zum Beispiel bei der Daumenschraube vorher noch eine kleine Maniküre bekommt ja ich habe noch mehr auf dem Zettel ja und zwar habe ich zwei schöne Sachen die mit Sh beginnen nämlich Schnäpsen und Schnurpsen ja Schnäpsen ist ja wie Schnipsen ja das ist das ist nicht so weit weg aber man sagt ja eigentlich in Sachsen eher Schnäpsen man sagt nur Schnäpsgummi ja wa ja und Papaschnäpser ja weißt du was Papaschnäpser sind na klar weiß ich was Papaschnäpser sind ich hatte ja auch welche ja damals als du gerufen hast ne da noch nicht meine Mutti obwohl obwohl da könnte auch schon schlimm war wenn der Papaschnäpser am Hosenbund so abging und der so straff eingestellt war dass er einem mit der Schnalle ins Gesicht gefatscht ist womit wir beim Wort Fatschen wären ja das war unangenehm ja oder wenn jemand so dran gezogen hat aber richtig lang du konntest ja manchmal so zwei Meter spannen ja wie in Flitzebogen und dann auf dem Rücken Schnäpsen das Wort Schnäpsen und Schnurpsen das machen Hasen oder jemand der altbackene Buchteln oder Felinchen Felinchen Schnurpsen ja ja Felinchen auch lecker und jetzt habe ich noch eine interessante Sache aus dem weiten Feld der Grammatik oh und zwar derde diede und dasde ist dir das schon mal aufgefallen dass besonders alte Leute in unserer Region im Nordmeißnischen sagen das ist doch der derde gestern der Erborn gebracht hat nur zum Beispiel oder bei die das ist doch die 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 schon mal gefragt hatte ob es eine Erbung gibt genau um in diesem ruralen Thema zu bleiben diede also jetzt nicht das Behältnis wo man die Produkte beim Einkauf reintut die diede ja ist die diede da das wäre was für eine Feuerwehr so ein Jutebeutel schön bedruckt mit einer Feuerwehr und dann sagt man wir haben die diede da in Zeitung gibt es doch dieses Feuerwehrmuseum ja und wenn die dann so Merchandise Artikel mit anbieten Bastelbögen und und was hat man noch bei der Feuerwehr Löscher B-Schläuche ja was gibt es noch als Merchandise bei der Feuerwehr Verteiler Verteiler richtig Unterflorhydrant zum Beispiel und wenn man das dann sich alles schön einpacken lässt und wenn der der die verkauft der Dieter ist ja dann hat der Dieter die Diete da mhm worum hast du den den Karton genommen der Dieter hatte die Diete da und dann kann man sagen da merkt man gleich dass sie von der Feuerwehr sind mhm weil der Dieter heißt ne weil der ein Uniform an hat achso Feuerwehruniform und ne Diete da hat der Dieter hatte die Diete da ja Diete und dann eben bei männlich derde und bei sächlich dasde mhm das ist das Mädchen Mädchen sagt man eigentlich auch ne das Mädchen ne ich nicht ne meine Oma sagt Mädchen das ist das Mädchen das der gestern krank war mhm das ist der Dieter der der gestern den Transformator in die Diete getan hatte fast wie Löffelsprache ja das war mir immer zu anstrengend Löffelsprache das schein ich schon beim ersten L ab ich auch ich auch das ist ein Programm von ganz früher ja es läuft durch aber kennst du dieses derde die de dasde ich kenn das ja vom Hören so vom Hören ich selber nutze es glaube ich selten ich nutze das nie aber es ist glaube ich was ganz typisch sächsisches aber ich glaube es ist was was ausstirbt das nutzen alte Leute noch junge Leute sagen das nicht mehr na und bei der Feuerwehr wird es noch genutzt wie gesagt bei alten Leuten aber sagen die derde die sagen ja bei der Feuerwehr auch das ist Stubenrauch Manfred zum Beispiel aber das ist ja was anderes das ist ja so ja aber das sind so ganz viele Sachen die da eher noch so die würden ja nicht sagen das ist Stubenrauch Manfred der der gestern Beeschlauch vergessen hatte das hat schon mal jeder gesagt aber kein Jugendlicher müsste man mal überprüfen ich halte es für hochdiskutabel ja man müsste mal jugendliche Feuerwehrleute überprüfen und vielleicht in anderen Vereinen auch Fußballvereinen nur so von meinem Höreindruck was ich so wahrnehme ist es eher was was alte Leute sagen und ich bin mir ziemlich sicher das wird aussterben und das finde ich schade das können wir uns ja wieder merken dass wir das wieder weiter befolgen das schreiben wir mit auf die gleiche Seite wo Bo Metscher steht in unser Oktavheft ja genau wir haben schon fast eine halbe Seite voll naja immerhin immerhin aber ich wollte gern diesen Aspekt des Sächsischen heute mal beleuchten nein das ist ja gut zum nächsten Mal mehr wenn es wieder heißt dem Cordula seine Sprachrecke was ich jetzt mal gehört habe was ich nicht kenne und was ich auch nicht kannte Zamporn Zamporn ja kennst du das ich kenne es als Zamporn ok aber ich glaube es gibt auch Leute die sagen Zamporn also ich kenne es so dass man ich glaube in der Faschingszeit Fastnachtszeit gehen Kinder vielleicht auch verkleidet rum bisschen wie das hier mit Halloween wenn die so hier süßes oder saures so ähnlich süßes sonst gibt es saures ist eigentlich der Spruch süßes sonst gibt es saures natürlich man muss Süßigkeiten abgeben bei uns haben die neulich geklingelt und haben gesagt süßes oder saures weil die Eltern das den Kindern nicht richtig erklären ja weil die Amerikanisierung des Abendlandes noch nicht abgeschlossen ist korrekt genau da ist nur übrig geblieben süßes oder saures rudimentärer geht es fast nicht ja und zempern meine ich ist so ähnlich aber in einer anderen Zeit also nicht so um den Reformationstag herum viele Bum sondern mehr so in der Faschingszeit Kinder gehen und klingeln dieser Spruch ich bin der kleine König gib mir nicht zu wenig lasst mich nicht so lange stehen ich will ein paar Häuser weitergehen ja so und da ist es irgendwie dass man dass man so Dinge erbettelt das habe ich einmal gemacht als Kind also mit den Nachbarskindern aber es hieß nicht zempern oder zempern wie habt ihr denn gesagt betteln wir gehen nach Süßigkeiten fragen ich habe das nur einmal gemacht ich habe das nicht ich glaube das ist eher so in der Lausitz verortet also es machen bestimmt auch nee ich habe es auch mit meiner Cousine ganz früher mal im Erzgebirge gemacht in Annaberg und da haben wir glaube ich den Wäschekorb voll Bonbons gekriegt insgesamt weil wir von nachmittags um zwei bis halb acht abends dort alles abgeklappert haben was ging aber das müssen ja die Leute auch wissen dass sie was da haben ich denke wenn das in Gegenden ist wo das sowieso Tradition ist dass die Leute was da haben und heutzutage hat da jeder irgendwie was im Haus ich nicht nee wenn was da ist esse ich das dass es schnell weg ist dass man nicht in Versuchung kommt genau und wenn dann jemand klingelt so ein Kind dann gibt es nur saures hier kleiner Jonas hier für dich eine Packung Essig saure Tonerde nimm dies Essig saure Tonerde kennst du das so ein Produkt Heilprodukt ich denke ja für so eine Packung achso nicht zum Essen nee man kann doch Heilherd auch essen ja das soll gut sein für die Verdauung oder sowas weil das so eine große Oberfläche hat dieses gemahlene Gestein oder was das ist da können so Giftstoffe irgendwie sich dran binden das ist sehr reaktionsfreudig okay und kann dann irgendwie ausgeschieden werden ja schmeckt aber wie Erde schmeckt wie Erde ja sieht gut aus sieht aus wie fein gemahlener Kakao oder sowas schmeckt aber wie das Gegenteil aber Zampan kriegen wir raus könnte ich mir vorstellen dass es sogar Sorbisch ist okay denn in der Lausitz oder überhaupt im Sächsischen ist total viel Sorbisch oder eben übrig geblieben noch als Relikt vorhanden in der Sprache sowieso aber auch in den Traditionen aus anderen Zeiten aus Zeiten in denen hier die Gegend Slawisch Wendisch oder Sorbisch wie auch immer man es nennen will besiedelt war das war ja alles Sorbisches Altsiedelland und dann kamen ja erst so in den Völkerwanderungen Siedler aus anderen Gegenden dazu und haben sich dann neue Lebensräume geschaffen durch Rodung und ähnliches aber da können wir mal nochmal gesondert was dazu machen das ist interessant weil da kenne ich mich gar nicht aus ich auch nicht wenn ihr mehr über Zampan wisst schreibt es uns in die Kommentare kommt auch der große Zamperoni her das ist der der Magier ja der vielleicht beim Zampern immer am meisten im Beutel hatte oder so oder der hat einfach die besten Sprüche gehabt ja den Zamperoni kenne ich gar nicht ne ist das ein Zauberer überhaupt weiß ich nicht aber sagt man nicht auch ihr der spielt sich oft wie der große Zamperoni und der macht hier den großen Zamperoni hab ich noch nie gehört ne so ein bisschen als Schimpfwort kenne ich nicht ne ne ach ne Zamperoni das ist doch der von Tagesthemen jetzt hatte ich so ich hatte jetzt was im Gehirn so eine Fehlermeldung 404 Zamperoni ist der von der aus dem Fernsehen da gibt es gar keinen Zauberer der Zamperoni ist vielleicht gibt es einen Zauberer aber nur hobbymäßig nicht in dem Bereich des berühmten und Zampano der große Zampano na klar Anthony Quinn in dem Film von Fellini so ein Typ der so irgendwie alle so ein Angeber irgendwie Zampano na klar und da kommt das her hier den großen Zampano machen also nicht den Zamperoni sondern den Zamperoni machen ich hatte ich hab das noch nie gehört den Zamperoni weil du keine Nachrichten guckst ne nein ich meine diesen großen Zamperoni machen ja aber das könnte man ja einführen ja als geflügeltes Wort machen wir hier nicht einen Zamperoni einer der der so Nachrichten getrieben ist und dir immer das Neueste erzählen will weißt du schon die Gudrun was die wieder und dann kann man unterbrechen und sagen machen wir hier nicht den großen Zamperoni ja Zampano ist glaube ich auch meine ich mich zu erinnern dass man sich auch verkleidet und dann durchs Dorf zieht weißt du so als als Gruppe okay als Peergroup als loser Verband gleichgesinnter mit ähnlich gelagerten Interessenfeldern zum Beispiel verkleiden und dann geht man irgendwie und das ist bestimmt wie überall wenn Fasching ist hier mit Geister vertreiben und und sowas und hier das alte Jahr auspeitschen und so und dann geht man rum und erbettelt Dinge Speck und Eier und Süßes und dann wird das alles aufgegessen in einer Feierorgie wo man kennst du das Lied Hallo Frau Nachbarin ja geht es da ums Bogen ich weiß es auch nicht nee aber ich denke man hat dann bestimmt auch getanzt und was getrunken und dann auch die Dorfgemeinschaft erweitert ja genau ja so kann man es adrett formulieren ja ja ist doch schön dass wir hier auch mal so Traditionen beleuchten darum geht es ja auch ja so geht es sächsisch ja das Traditionelle im Sächsischen richtig davor nicht die Augen verschließt nein sondern es sogar bewahren und pflegen Entschuldige Entschuldige bitte ich bin noch ein bisschen angeschlagen warum wegen der ganzen Erkältungsgeschichte bist du erkältet ja eine richtige fette Erkältung ja mit triefender Nase woher hast du dir was eingefangen wahrscheinlich draußen ja durch Kälte feuchte Kälte naja es ist dieses Übergangsding weil du keine Müffchen trägst man muss Müffchen tragen Müffchen ja okay diese Dinger Pulswärmer Fußpuls und Handpuls und wenn man da warm ist ist der Rest des Körpers auch warm der Puls muss warm bleiben habe ich mal gehört hattest du Pulswärmer? na so Müffchen hattest du die? ja aus dem Westen dann? nee hat die Mutti mir gemacht achso da hat die irgendwas aufgetrennt vom Fadi und dann hat die mir Müffchen gemacht ich dachte immer so eine weiße so eine Tennis-Müffchen wo man sich auch den Schweiß so abtupfen kann ja wo so ein Kist draufsteht oder sowas so Werbemüffchen nee das hieß nicht Müffchen das hieß dann schon irgendwie Schweißband oder Sweatabsorber ich hatte mal Handschuhe und da war ein wie war die Abkürzung das war ein Snowboard-Handschuhe da stand drauf mit Snap S-N-A-P wie diese Band aber das war eine Abkürzung Snap für Snot Absorbing Pad da war muss man das natürlich erklären für die Leute da war so ein ganz weicher Mikro-Fleece auf den Daumen aufgenäht auf die Rückseite sodass man sich das so unter der Nase wegreiben konnte und dann halt im Schnee abschmieren oder so ein Snot Absorbing Pad und da stand in Klammer die deutsche Übersetzung Rotzwischer wirklich schon wirklich Rotzwischer ja stand Rotzwischer habe ich in den 90ern im Brettelladen erworben in Dresden da musste man ja nach Dresden fahren na wenn man was fürs Snowboard wollte musstest du bis Dresden fahren da gab es in Riesa-Hähnle die ehemalige Spowa in der Spowa gab es gar keine Snowboards in der DDR das war nie erfunden wir waren mal in Harachow zum Winterurlaub mal da war noch DDR und da fuhr jemand mit einem Snowboard runter vielleicht 88 oder so ich habe sowas noch nie gesehen vorher nur ein Skifahrer mit Seilzugbindung und so ich hatte so Germina Plastischier so einen roten? ne ich hatte gelbe aber die, die es auch einen rot und orange gab und mit denen bin ich da runter beide Tschechen waren doch viel beide Tschechen ja ja aber da hast du gar keine Stahlkern und nichts gehabt war alles ganz rund gelutscht ging oh ja klar ging oh ich hatte ja nicht mal Skischuhe ich habe so normale Winterstiefel und dann Müffchen für die Schuhe damit der Schnee nicht oben reinläuft ja dann hatte ich so einen Thermoanzug den hatte ich glaube ich von meinem Westcousin weißt du so ein Thermoanzug so ein Thermoanzug ja und wahrscheinlich eine Mütze mit Bommel von der Mutti gestrickt Handschuhe ganz klar ohne Snot Absorbing Pack ganz normale und dann die gelben Skier und jedenfalls habe ich da das erste Mal in meinem Leben ein Snowboard gesehen das war krass wollte ich haben unbedingt selber bauen Bügelbrett egal ne du das war ein ganz anderes Zeitenwort das kommt nie wieder also in unserer Kindheit mussten wir uns halt relativ viel selber bauen oder selber machen damit man es hatte hast du das Spielzeug gebaut? ja was denn? Pistolen ey ich hatte auch eine ich hatte ein Gewehr und eine Pistole ich habe immer aus Währer Konstrukt habe ich dann Gewehre gebaut damit man wenigstens das Gewehr hat weil meine Eltern gesagt haben nee es gibt keine das waren diese blauen Würfel oder? die blauen Würfel mit den Holz mit den Holzschienen und roten Schrauben genau da kann man ja ein MG draus machen ja klar das war gut ja und dann hatten wir eine Stichsäge aus dem Westen und da habe ich dann immer so aus Holz Pistolen ausgeschnitten so die Handgriffe? nee die komplette komplette Waffe aus Holz ja natürlich Holzwaffen ganz klar und deine Nagel rein als Abzug sahen ah ja okay mein Nachbar Conny der hat mir eine Pistole und ein Gewehr gebaut der war schon ein bisschen älter ein größerer Junge und der hat richtig mit einem Stahlrohr als Lauf und so hatte ich ein Gewehr und eine Pistole das war krass nochmal ganz zurück wir sind ja eigentlich von den Bands jetzt auf das Ganze gekommen könnte sein ich kann es nicht mehr nachvollziehen ja ich glaube wir haben bestimmt auch irgendwo ist wie so eine stumpfe Sackgasse wo ein Thema einfach beendet wurde ähm hast du mal in irgendeiner geilen Band gespielt? na klar ja na ob die geil war aber in einer Band gespielt habe ich zumindest Tenzing da warst du ja auch da bin ich aber später dann dazu gekommen ja genau diese norwegische Singebewegung für junge Menschen Tenringer irgendwie so ist die Abkürzung Tenzing gibt es das noch? weiß ich nicht das war ja so eine Art Brutstätte für junge aufstrebende Talente Silbermond ja ist zum Beispiel aus Tenzing Bautzen hervorgegangen das war die Band von Tenzing Bautzen die hießen glaube ich Jast früher also Johannes Andreas Stefanie und Thomas Jast na klar so wie Abba aber eben Jast geht nicht so gut von der Lippe wie Abba aber Jast ist auch nicht schlecht so als Bandname und dann ist daraus Silbermond geworden die sind von Tenzing und da habe ich dort fing es bei mir an so mit mit Schlagzeug spielen wollen und so und aber noch vorher war ich ja auch Punk ich war ja richtig ach du du warst Punk? naja ich hatte zumindest eine Sicherheitsnadel so an der Hose dran weil die deine Mutti dran gemacht hat oder weil du die selber dran gemacht hast nee weil das irgendwie ich dachte das ist Punk mit einer Sicherheitsnadel irgendwie da gab es so eine Trickfilmserie der kleine Punker ja kennst du das? nee bei Spaß am Dienstag kam das manchmal und da wollte ich irgendwie Punk sein das war so so eine Modewelle bei uns achso ja und dann sind wir ins Jugendhaus gegangen weil dort echte Punks waren wir waren da 13 oder sowas und dann haben wir dort den Leiter gefragt ob uns mal jemand erklären kann was das ist zum Beispiel Pogo weil wir gehört haben dass echte Punks Pogo tanzen ja und dann hat er dort gesagt ja und dann hat er irgendwelche gefragt ja Ronny und und Mirko könnt ihr mal hier dem zeigen wie Pogo geht und dann sind wir in den Keller gegangen und dann haben die mit dem Kassettenrekorder ganz laut Punkmusik angemacht und dann hat die da zu zweit im Keller Pogo getanzt und wir standen daneben und haben das dann gelernt und abgeguckt die verschiedenen Techniken des Pogo tanzen eine Vorführung ja genau ja Vortanzen eine Audition ja ja und dann dann waren wir Punks und hast du das auch gelebt dann auch mit Pogo tanzen ja immer ich bin ja so bin ich ja zur Schule morgens Pogo mäßig also wenn ich im Bus rein bin oder so ich bin nur Pogo rein okay gut und dann dann ging es ja darum wer dann der beste Punk ist bei uns ja also und da haben wir zum Beispiel im evangelischen Gemeindezentrum das war unser Punktreff und dort haben wir Punkprüfung gemacht hast du hast du einen Ausweis laminiert für eure Punkband nee hätte zu dir gepasst ja auf jeden Fall aber wir haben so eine richtig so mit Fragebogen nenne zum Beispiel meine Frage von unserer Punkprüfung nenne drei Lieder der Toten Hosen okay ja also es ging schon eins eingemacht ja richtig derb und so ja klar Street und wer war dann der Prüfer das haben wir so mit Prüfung des Vertrauens dann untereinander ausgewertet ah ok vielleicht gab es auch einen echten Prüfer da bin ich überfragt einer von den etwas älteren von den Punks die schon 16 waren ja dass man es an so eine Stelle geschickt hat vielleicht ja an die Punkkommission an die Punkzentrale in Leisnig genau ja und dann hat man vielleicht ein Vierteljahr später die Antwort bekommen dass man dann bestanden hat ja aber leider nur mit drei aber eben gerade so durchgekommen aber ich finde ein Punk der mit eins besteht nee das ist auch nicht den nehmen wir nicht ernst nee das ist nicht kredibel nee und du warst du irgendwie sowas wildes nein du warst mehr so Gerhard Schöne im Walkman ja Gerhard Schöne im Walkman und ich ja auch ich war ja Punk und Gerhard Schöne ich hab auch meine weiche Seite ausgelegt und aber auch das Orchester war ich halt so ein Orchester Musikschulkind ah ja was eben mit der Trompete im Rucksack auf dem Fahrrad in die Musikschule fährt und bei Wind und Wetter bei Wind und Wetter ja und dann ich hab mal einmal die Trompete mit Absicht zu Hause vergessen bei dem Trompetenunterricht ja und dann hab ich gesagt oh jetzt hat meine Trompete und dann gesagt na da kannst du wieder fahren ah ja da war ich so froh weil ich kein ich hatte nicht geübt ja und der Lehrer war so streng ja dass ich das irgendwie da froh war um diese Stunde drumherum gekommen zu sein war das der der dir immer auf die Hände gehauen hat und gesagt hat du Pfuscher ja ja genau der war das ja zum Glück hat er nicht vorne gegen die Trompete gehauen ja dann hätte ich nicht so viel üben müssen ja stimmt nee das war und dann hab ich Orchester gespielt und dann hat man immer da waren wir schon als Bläser als Blasorchester waren wir schon immer die coolen wieso im Gegensatz zu dem wir haben ja mit so einem polnischen Streichorchester gespielt okay dann sind die Bläser cooler als die Streicher und die Streicher das waren ganz ordentlich wir haben immer geübt konnten alles und sowas und wir waren halt so ein bisschen mit Scheitel ein bisschen so ja die coolen da war die Bläser das war klar also hattest du gar keine wilde Zeit oder was na nicht so hattest du nicht irgendwie mal lange Haare oder gefärbt oder Trätts oder nein Trätts nicht das hätte ich mir nie getraut nee hätte ich gar nicht gewusst wie man das macht na einfach so verfilzen bürsten wachs rein und reinflechten und immer so reiben und dann das hast du gemacht hatte ich mal ja und dann hattest du Klatze fast ja weil es nicht mehr anders ging ich hatte die immer so gebunden zu so einem Zopf hinten und dann sind die so ineinander verfilzt auch dass ich dann den Gummi abmachen konnte den Haargummi der das zusammengehalten hat und das hielt von selber zusammen das war wie so ein dicker Staubsaugerschlauch hinten und dann hat die Mutti gesagt ab damit ja ja und dann musste das runter nee aber so eine wilde Zeit als Punk oder sowas hatte ich ich war auch kein Punk na klar du hast eine Punkprüfung abgelegt ich hatte natürlich die Zertifikate das hatte ich alles aber rein äußerlich beschränkte sich das bei mir auf eine Sicherheitsnadel an der Hose ne und dann hatte ich noch so Doc Martens die aber keine echten Doc Martens waren sondern Arbeitsstiefel aus dem Tausend kleine Dinge der war neben der Schule bei uns da gab es für 9 Mark Arbeitsstiefel und da habe ich mir welche gekauft und dann habe ich mit weißem Nitrolack das Symbol von den Dead Kennedys drauf gemacht also komm das war schon das ist schon Punk das ist schon mehr als inaktiver Punk ja das ist schon vor allem Dead Kennedys und auf dem anderen Schuh da stand Slime ich hatte so die härtesten Punkmöglichkeiten ausgeschöpft ich hatte bestanden bei der Prüfung ich konnte drei Titel der Toten Hosen aufzählen und ich konnte das Symbol von den Dead Kennedys fehlerfrei nachbilden und ich konnte Slime die haben auch so eine besondere Schrift bei dem E gehabt das konnte ich auch sowas hatte ich nicht das hätten deine Eltern nie durchgehen lassen nein meine Eltern haben das auch mir nicht erlaubt ich habe ja dann immer normale Schuhe genommen und bin nach Hause gegangen und dann hatte ich ein Versteck bei uns auf der Straße und da waren meine Punkstiefel drin was wirklich? auf der Straße? naja an so einem Kasten das war wie so ein alter Stromkasten und da waren meine Punkstiefel drin und dann habe ich meine normalen Schuhe reingestellt und die Punkschuhe angezogen und dann bin ich in die Schule gegangen und wann war das? meine Punkphase? ja das muss mal in Mittwoch gewesen sein also ok ja das war eine schöne Zeit ja und dann bin ich fließend dann später in Hip-Hop übergegangen ach so ja mit Händels Feuer und Wassermusik bin ich zufrieden gewesen damals ja das ist auch schön na klar das war eben auch ganz anders auf dem Dorf das stimmt ja haben wir eigentlich Post Post? ja und zwar habe ich in der Rubrik Traritrara die Post ist da Post von Hagen Hagens Opa sind immer die Opas das finde ich gut Hagens Opa hat ein sehr gutes Schimpfwort noch ja auf der Pfanne wir haben ja über Schimpfwörter gesprochen Hagens Opa sagt du Matschsack boah das ist aber schon ich finde es phonetisch schwierig Matschsack Matschsack es passt zu solchen Orten wie Merpitsch und Opitsch und Ciciewicz und so aber Matschsack ist schon nicht so leicht und er hat noch gesagt du Marsack von Meeren oder was ja und da mutmaße ich mal dass das so Richtung Gebirge schon fast geht weil die da eher die sagen die Meeren? denke ich also es ist nur so ein Gefühl so ein Bauchgefühl also Meeren für die nicht sächsischen Zuhörer ist das sich Zeit lassen rummeeren ja aber nicht nur ne auch auch so irgendwie in irgendwas so drin rum drin rum poolen ja oder so ein bisschen auch drin rum pushen so ja dran rummeeren also sowas beim Auto zum Beispiel der hat am Auto rum gemeert jetzt gefährt es nicht mehr ein bisschen inkompetent an irgendwas sich inkompetent mit etwas beschäftigen das ist rummeeren genau und aber auch sich vertrödeln mhm oder Zeit nehmen ja das ist alles Meeren verrückt man kann auch sagen das habe ich vermehrt wenn man was vergessen hat ja oder kaputt gemacht hat oder sowas oder wenn man zum Beispiel Hundezüchter ist und man hat oh jetzt habe ich die vermehrt ja oder Erbsen wenn man Erbsen anbaut mhm Mendel zum Beispiel Mendel viel vermehrt Erbsen vermehrt nicht zu verwechseln mit Bartholdi das war sein Sohn Mendelssohn Bartholdi ja wisst du was Hagens Opa noch gesagt hat ne Grußmachtscher Bimbam großmächlicher Bimbam ja so wie Heiliger Bimbam ja kennst du das ja wen mein man da eigentlich der Bimbam ja so ein Glockengeläut vielleicht Bimbam ist aber auch weißt du das Gemächt achso der Bimbam der heilige Bimbam ich weiß es nicht oder nur das Glockenspiel ja kann sein ja ich meine im Sommer ist es ein Bimbam man kann es nicht verleugnen ne ich weiß nicht ob man das sagen sollte im Innensommer doch gut als kleine Rückerinnerung an die schöne warme Jahreszeit ja jetzt im Moment hat glaube ich niemand mehr mit dem Bimbam Probleme weil es einfach schon November ist weißt du was ich viel schöner fände was wenn wir nicht über Schimpfwörter reden würden wenn wir das endlich ein für alle mal abhaken würden wobei nö eigentlich ist das auch gut Schimpfwörter aber auch über schöne Wörter schöne Begriffe die man nett und liebevoll anderen an den Kopf werfen kann so kumpelhafte Dinge wie zum Beispiel Maisechser Hä Maisechser Maisechser das hat immer der Tante Lottie und der Tante Gerta zu mir gesagt wirklich ja erzähl das war immer das Maisechser komm mal her Maisechser ja und ich habe nie gewusst warum aber das das wäre jetzt meine Frage wo kommt das her weiß ich nicht ich hätte nur eine Idee dass es so eine Münze ist und ich hätte gedacht vom Lotto ach so so wie mein Hauptgewinn komm mal her mein Hauptgewinn ja ja auch ist das schön wenn man jemanden als Hauptgewinn bezeichnet ja Maisechser oder halt so eine Münze gab es nicht auch so sechs einen Sechser als Münze dass das so vielleicht was besonderes war oder so eine Fälschung meine Fälschung komm her meine Fälschung das könnte man mal rauskriegen ja woher kommt Maisechser das machen wir ja da hast du jetzt Zeit dafür ja weil ich müsste langsam los okay dann möchte ich mich von dir verabschieden ja Maisechser du bist mein Hauptgewinn ja und du auch meiner ja und alle die es jetzt zugehört haben das sind auch unsere Sechser ja unsere Hauptgewinne und von denen verabschieden wir uns jetzt ja macht's gut ihr Sechser bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Zärtlichkeiten im Ohr Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.